Gott hat dem Volk Israel gesagt, Vertreibet alle Kanoniter und macht sie nicht zu Knechten, damit sie euch nicht mit ihrer Götzenanbettung beeinflussen. Was meinet ihr, habt ihr auf Gott gehört? Nachdem sie etwa einmal nicht gehört haben, nehme ich an, dass sie jetzt auch nicht gehört haben. Stimmt, sie haben die Kanoniter nicht vertrieben, sondern sie zu ihren Knechten gemacht. Sie sind von den Kanonitern beeinflusst worden, ihre Götzen, den Baal und die Aschere anzubetten. Gott ist verrückt worden und hat sie am König von Hatzor ausgeliefert. Der König hat die Israeliten ein paar Jahre lang gewehrt. Da haben die Israeliten ihre Götzen aufgegeben und wieder Jehova angebettet. Zu dieser Zeit war Deborah Richterin. Sie hat den Barak eingeladen und gesagt, Hat Gott dir nicht gesagt, dass er dir und deinen Soldaten vom Berg Tabor aus den Sieg geben wird über unseren Feind Cisera, der Oberste der Armee, vom König Hatzor? Der Barak hat gesagt, Ja, aber ich gehe nur auf den Berg Tabor, und wenn du mitkommst, hat doch der Barak Angst gehabt. Ja, das sieht gerade so aus. Es ist eigentlich noch schön, dass sich ein Mann von einer Frau helfen lässt. Ja, das ist schön. Deborah hat gesagt, Ich komme gerne mit, aber dann wird der Cisera in die Hand von einer Frau fallen und du wirst nicht die Ehre haben, ihn zu zerschlagen. Deborah und der Barak sind mit der Armee auf den Berg Tabor. Der Cisera ist mit seiner Armee und 900 isernen Wegen anzufahren gekommen. Gott hat den Israeliten geholfen mit einem Platzregen. Der Platzregen hat die Erde aufgeweicht und darum sind die 900 isernen Wegen stecken geblieben. Der Barak hat die ganze Armee vom Hatzor erschlagen können. Aber der Cisera ist zu Fuss davongerennt zum Zelt von Yahel. Yahel hat den Cisera ihr Zelt eingeladen, weil sie mit dem Cisera Frieden gehabt hat. Sie hat ihm Milch und Rahm zu trinken gegeben. Daraufhin ist der Cisera fest eingeschlafen. Weil der Cisera alleine der Teer gekommen ist, hat Yahel gewusst, dass er gegen den Barak verloren hat. Sie hat gewusst, dass sie sich jetzt auf die Seite vom Barak stellen muss, damit sie vom Barak nicht erschlagen wird. Darum hat sie den schlafenden Cisera erschlagen. Dann ist sie am Barak entgegengelaufen und hat ihm erzählt, wo sein Feind Cisera ist. Also hat Gott das Volk Israel von ihrem Feind befreit. Aber es ist nicht lange gegangen. Da haben sie wieder Götze angebetet. Gott ist bestimmt verrückt worden und hat das Volk Israel den nächsten Feind ausgeliefert. Richtig, er hat sie den Midianiter ausgeliefert. Die Midianiter haben den Israeliten ständig die Ernte verbrennt und die Tiere geraubt. Schliesslich hatten sie nichts mehr zu essen. Da haben sie wieder zu Jehova um Hilfe geschraut. Gott hat zum Gideon gesagt, Befreie Israel von den Midianitern, du hast Kraft dazu. Ich hilfe dir. Ries den Altar ab, den sie für den Bar gebaut haben und hau das Aschera-Götzebild um. Opfer ein siebenjähriger Stier mit dem Holz von den Aschera auf dem Hügel oben. Der Gideon hat gesagt, Wenn du das willst, dann gib mir ein Zeichen, dass du Gott bist. Der Gideon hat eine Skizze und ungesäurete Brot zubereitet und auf den Felsen neben Gott gelegt. Gott hat mit seinem Stab die Skizze und die ungesäurete Brot berührt. Da ist Feuer aus dem Felsen gekommen und hat das Opfer verzehrt. Jetzt hat der Gideon mit zehn Mannen den Ball Altar abgerissen und die Aschera umgehauen. Aber er hat sie dann nachgemacht, weil er Angst von den anderen gehabt hat. Die Mannen der Stadt haben herausgefunden, dass es der Gideon war. Sie haben vom Vater, vom Gideon verlangt, dass er den Gideon rausgibt, damit sie ihn töten können. Der Vater hat gesagt, wenn der Ball wirklich ein Gott ist, dann soll er sich selber rächen. Es braucht niemand, durch ihn zu kämpfen. Das hat er gut gesagt. Jetzt haben sie den Gideon bestimmt in Ruhe gelassen. Genau, die Midianiter haben wieder angegriffen. Jetzt hat der Gideon seine Familienmitglieder ausgeschickt, zum Soldaten zu versammeln. Der Gideon war immer noch unsicher und hat Gott um ein Zeichen gebetet. Oh, Herr, wenn du durch mich den Sieg über unsere Finden gehen willst, dann mach bitte, dass die Wulle am Morgen trocken ist und der Boden rundherum vom Tal nass ist. Es ist genau so gewesen. Der Gideon war immer noch unsicher und hat gesagt, Oh, Herr, gib mir noch mal ein Zeichen, aber der mal umkehrt. Die Wulle soll nass sein und der Boden rundherum trocken. Es ist genau so gewesen. Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass Gott mit dem Gideon ist und den Israeliten den Sieg über ihre Finden gehen will. Stimmt. 30'000 Soldaten haben sich versammelt. Gott hat zum Gideon gesagt, Das sind viel zu viele. Wenn die Israeliten siegen, dann sagen sie, sie haben sich aus eigener Kraft befreit, ohne mich. Schick alle heim, die Angst haben. Der Gideon hat es gemacht und es sind noch 10'000 Soldaten gewesen. Gott hat gesagt, es sind immer noch zu viele. Gideon machte zwei Gruppen und zwar die eine, die wie einen Hund trinken und die andere, die kampfbereit aus der Hand trinken und beim Trinken ihr Gepäck auf dem Rücken nicht abziehen. Der Gideon hat es gemacht. Es haben 300 Männer aus der Hand getrunken. Die andere hat er heim geschickt. Der Gideon ist mit dem Bura das Lager von den Finden auskundschaften. Sie haben zwei Wächter belauscht. Der eine hat gesagt, ich habe von einem riesigen Gerstenbrot träumt, wo in uns ein Lager gerollt ist und das Zelt umgerissen hat. Der andere hat gesagt, das ist Schwert vom Gideon. Gott wird ihm den Sieg über uns ein Lager geben. Als der Gideon das gehört hat, hat er Gott anbettet. Er hat die 300 Soldaten in drei Gruppen unterteilt. Jeder hat ein Widerhorn, einen Krug und eine Fackel bekommen. So haben sie sich rund um das Lager von den Finden aufgestellt. Damit man ihre Fackel in der Nacht nicht gesehen hat, haben sie sie unter dem Krug versteckt. Der Gideon hat mit seiner Gruppe angefangen den Krug auf den Boden zu rühren und ins Horn Blasen. Die anderen beiden Gruppen haben es nach gemacht. Es gab einen riesigen Lärm. Die Midianiter sind im Lager gegenseitig aufeinander los, haben vor Angst geschraut und versucht zu flüchten. Jetzt hat Gideon die anderen Soldaten rufen lassen, die er nach schickt hat. Zusammen haben sie ihre Finden verfolgt und besiegt. Das Volk Israel wollte Gideon zum König machen, aber Gideon sagte, ich will nicht euer König sein, sondern Gott soll euer König sein. Das war sehr gut, dass sich Gideon nicht selber erhoben hat, sondern alle Ehre Gott gegeben hat. Du hast recht, obwohl Gideon viel gut zu tun hat, ist er leider abgierig gewesen. Er hat sich von den Israeliten Gold schenken lassen. Aus dem Gold hat er ein Götzenbild gemacht. Er hatte auch viele Frauen anstatt nur eine und 70 Söhne. Geldgier führt meistens zu Götzedienst und Unzucht. So ist es. Einer von seinen 70 Söhnen war sehr ehrgeizig, hat sich selber zum König gemacht und alle seinen Brüdern umgebracht. Darum ist es gar nicht gut rausgekommen, dass Gideon so viele Frauen und Söhne hatte. Aber schönst bei der Geschichte von Gideon ist, dass Gott für Israel gesiegt hat. Jetzt lesen wir 1. Johannes 4, 4. Ihr seid aus Gott und überwindet die Feinde, weil Gott in euch grösser ist als Satan, der in der Welt ist. Ihr seid aus Gott und überwindet die Feinde, weil Gott in euch grösser ist als Satan, der in der Welt ist. Ihr seid aus Gott und überwindet die Feinde, weil Gott in euch grösser ist als Satan, der in der Welt ist. Jetzt singen wir ein Lobpreis, wo man den Herr Jesus lobt, dass er der Sieger ist. Halleluja, er ist Sieger, täglich laut verkühlt. dass der Retter triumphierte über Tod und Sünd. Halleluja, er ist Sieger, sag's, wo immer du bist, dass der Herr der Sieger über alle Feinde ist.